Stopp whining! Try again! Be careful, Gaston! Beine in die Hand und laufen. Wir laufen. Laufen, laufen, laufen. I went that way! Don't let him get away! This way, after him! Oi, wait for me! So, so hideous. Why am I so ugly? Ugly! Someone's coming! Must hurry! Who are you? But you must be! You're the Prince! Correct! I am Prince Marcusan, ruler of Hamelin. And who might you be? What do you think you're doing here? Huh? Oh! Oh! Nooo! I can't! You mustn't! Can't! No! Oh! Get away! Do not look at me! Get out of here, I say! You mustn't look at me! Go! Be gone! Oh, yeah. Wow! So the Prince is the Great Sage? Got it in one. Just who in the world are you? Your Highness, you have nothing to fear. There's something we'd like to ask you. Something to ask me? Ah, I see. Now you know my secret. You mean to blackmail me! That's not it. We came to... We wanted... We need the Great Sage's help. Huh? Great Sage? You mean me? Yes. Of course we do. You were one of the Great Sages who protected this world, weren't you? I am sorry to disappoint you. It was my father who was the Great Sage. He passed away fifteen years ago. You inherited his powers, didn't you? The Great Sage's powers? You should not believe everything you hear. I was never good enough. How could I be a Great Sage? Me, of all people? I have no gift for magic. Huh? But you've... I think you've been here long enough. No one asked you to come. Now leave me alone. Go! There's something iffy about that lad, I reckon. Do you think? No doubt. He's broken hearted. But which piece of his heart is missing? What that boy's lost is his belief, Blake. Sure as eggs is eggs. His belief? That's right. Folks can tell him how blinking handsome he is till they're blue in the face, but will he believe him? Not a bit of it. Lost his belief, Biaz. In himself and everyone else. And he calls himself a prince. That's a laugh. He's just a snivelling little wimp. Come on. Let's go find that piece of heart. Right. Ugh. There's more trouble than he's worth. I guess we'll be going then, your highness. I know that man. But from where? I think I've thought, . Gda? 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 Hatta? And I don't have a sense? besorgen. Falls wir nicht verprügelt werden. Der große Weise ist also der Prinz selbst. Oh, das war die falsche Stimme. Und er hat ein gebrochenes Herz. Wir müssen etwas unternehmen und zwar schnell. Wir müssen etwas Glauben für ihn finden. Geht es nur mir so oder wird es hier etwas nebelig? Oh. Oh oh. Wow, das ist ja immer was. Was ist denn auf einmal los? Ich kann nichts sehen. Wie? Wartet mal kurz. Da ist irgendjemand. Wer? Ich kann nichts sehen. Huh? Just who in blazes do you think you are? And where in the world did you spring from? I will have answers. Huh? We could ask you the same thing. Mind your tongue, girl. You stand before an emperor. We'll take care of them, your majesty. Emperor? Ich komme ja schon mit. Je länger ich mir eure Lügen anhöre, desto lächerlicher werden sie. Soll ich euch wirklich abnehmen, dass ihr aus der Zukunft seid? Ist das wirklich wahr, Sven? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das selber glaube. Gar kein Zweifel. Du hast doch den erbärmlichen Zustand, in dem sich der Prinz befand, mit eigenen Augen gesehen. Aber der Mann, der jetzt vor euch steht, das ist der ehemalige Kaiser von Schweinfurt. Hm, erzählt mir mehr. Sprecht, was wird in der Zukunft aus Schweinfurt und wer ist dieser Prinz, dem ihr begegnet seid? Ähm, er hat ein langes, dunkles Haar und blaue Augen. Hahaha. Wenn du schon lügen musst, dann doch bitte so, dass es glaubhaft klingt, Junge. Wie? Ich lüge nicht. Willst du mir wirklich erzählen, dass mein jüngerer Sohn eines Tages Kaiser sein wird? Jüngerer? Also hat dieser pampige Prinz noch einen älteren Bruder? Seht her. Das ist euer Lieblingssohn, Ma-Ma- Boah, dieser Name. Makassin. Im Erwachsenenalter. Das ist der zukünftige Kaiser von Schweinfurt. Das Bild sieht beim Sohn durchaus ähnlich. Musstest du ihm das wirklich zeigen, Sven? Ich musste etwas tun, sonst hätte er uns nie geglaubt. Makassin wird Kaiser. Aber was ist mit Gesken? Was wird aus ihm? Nun, ihr habt ihn ja eh nie richtig gemocht, oder? Er hatte ja nicht das Zeug zu einem Kaiser. Willst du behaupten, dass ich mich nicht um meinen Sohn kümmere? Ich habe Männer schon für weniger den Kerker werfen lassen. Wollt ihr es leugnen? Aber ganz sicher nicht. Makassin war der einzige Sohn, den ihr je wolltet. Wie kannst du es wagen? So solltest du behaupten. Eure Majestät, etwas Schreckliches ist geschehen. Prinz Gersken und Prinz Makassin sind hinausgegangen, um sich in Magie zu üben, aber sie haben die Stadtmauern hinter sich gelassen. Dann lasst sie. Sie sollen sehen, wie sie zurechtkommen. Aber Majestät denkt an die Gefahren und Prinz Makassin ist dann noch so jung. Sie wollen ihnen wirklich nicht helfen, Majestät? Ganz sicher nicht. Sie müssen lernen, die Probleme selbst zu lösen, die sie verursacht haben. So ist es in Schweinfurt Tradition. Ihr lasst eure Kinder wirklich einfach so im Stich? Ruhe! Aber eure Majestät, sie sind in Gefahr. Wenn sie ihnen nicht helfen, dann werden wir es tun. Schaut, wir haben keine Zeit für solche Sprenzchen. Lassen wir den alten Spinner hier im eigenen Saft schmoren und suchen wir diese Kinder. Was hast du gesagt? Wir werden diese Unterhaltung später fortsetzen, okay? Uiuiuiui. Dass der Sven's Kopf noch nicht hängen lässt, oder hängen lassen hat, ist ein Wunder, so wie der mit dem umgeht. Mit dem Kaiser, weißt du? Ich bin gerade sowieso etwas verwirrt. Zukunft? Und ich... Na okay. Wenn das so ist. Wir sind aus der Zukunft. Wir allesamt. Und ähm... Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, das Gespräch. Vor allem sind es auf einmal zwei Söhne und... Hab ich irgendwas verpasst oder einfach nur zu lange nicht mehr gespielt? Ach, ja je. Dann wollen wir mal. Da geht es raus. Hier steht noch jemand. Achso, jetzt sind hier die normalen Wachen. Okay. Aber ich schätze, wir dürfen uns jetzt mehr oder weniger frei bewegen. Wo müssen wir eigentlich hin? Einfach nur raus, ne? Ja, der Weg ist elendig lang. Aber hey. Hier läuft keiner mehr in Schweinerüstung rum. Was ist passiert? Ich bin verwirrt. Ich bin durchaus verwirrt. Seit der Nebel kam, ist irgendwie alles komisch. Als ob wir wirklich durch die Zeit gereist wären. Na gut. Jetzt sehen wir die Leute mal von Angesicht zu Angesicht. Weil ich kann ja mal mit einer Person reden. Hallo. Und? Was ist so interessant? Hast du vor mir ein Loch in den Bauch zu starren? Wow. Überaus freundlich. Das ist ja der Wahnsinn. Diese Freundlichkeit. Diese überragende Freundlichkeit. Und der Typ ist auch weg. Wieso ist der Typ weg? Ich habe seine Quest noch nicht abgeschlossen. Weil ich... Ich habe schon ein oder zwei Monster für ihn gefangen. Aber noch nicht alle. Weg ist er. Verdammt. Muss ich mich vorher heilen? Ja, ich gehe auf Nummer sicher und heile mich einmal. Hier ist was los, ne? So, einmal heilen. Ja, bitte. 140. Stolzer Preis, ne? Ja, ja. Alles klar. Nein, 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 nein. Ich habe gerade erst gespeichert. Vor Beginn der Folge. Dann wollen wir mal die Jungs suchen gehen. So, wo müssen wir hin? Hier vorne? Dorthin. Okay. Ich werde mir aber erst mal so ein Schwämmchen da abholen. Ne, ein Schwamm ist das ja nicht. Da ist... Was ist da nochmal? Moment. Da ist... Ein Schattenstein. Sehr schön. Hier, so ein kleines Ferkelchen brauche ich noch. Oh, so ein Krawallkanickel? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich brauche. Wir hauen auf jeden Fall rein und hoffen, dass wir die... Ja. Zähmen können. Aber es sieht nicht so aus. Ne. Was kann ich sagen? Es ist ein Geschenk. Nächste Stufe. Yay. Das heißt, ich bin sofort wieder geheilt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Die Gegner beachten uns hier auch kaum, ne? Oh. Wir sind tatsächlich in der Vergangenheit. Wie haben wir es geschafft, einfach in die Vergangenheit zu reisen? Wobei, der Kaiser hat ja, ähm, der Prinz selber gesagt, der ist seit 15 Jahren tot. Irgendwie, der Nebel kam und auf einmal waren wir in der Vergangenheit. Das ist alles seltsam. Nein, nicht Swain. Ich werde erstmal ein paar Melodien spielen. Und zwar auf jeden Fall den magischen Angriff verstärken. Und... Die Flinkheit auch. Komm. Wenn wir schon mal dabei sind. So, was hilft hier denn am besten? Ich nehme mal Übrinike. Mit Pitschpatsch. Ja. Das sieht doch gut aus. Der hat ja schon die Hälfte seiner Energie weg. Über die Hälfte. Das war's doch schon. Wasser wirkt also sehr gut. Das war ja... Das war ja Pipifax, war das. Ich hab mich auf einen härteren Kampf eingestellt. Aber nun gut. Ich bin zufrieden. So, Kinder. Puh, verdammt. Das war knapp. Seid ihr in Ordnung? Ihr seid die beiden Prinzen, oder? Euer Vater ist doch der Kaiser. Ja, mein Name ist Markessin. Schweig du nach. Wir können doch nicht jedem erzählen, wer wir sind. Oh, also würde uns dein Bruder nicht seinen Namen nennen? Lass mich in Ruhe. Wir sollen dich in Ruhe lassen? Dir ist schon klar, dass wir hergekommen sind, um euch zu retten, nachdem ihr Stiften gegangen seid, oder? Egal. Es hat euch keiner darum gebeten. Wir haben uns in Magie geübt. Bis ihr euch eingemischt habt, jedenfalls. Äh, Gerskin, ich... Ich habe Hunger. Was? Schon? Nun, ich denke, wir besorgen dir dann wohl besser, etwas zu essen. Kommt schon, Leute. Wie? Hey, ihr schafft es alleine nie. Nach Schweinfurt zurück. Wir begleiten euch besser. Ja, wir haben es ja auch allein hierhin geschafft. Also bitte. Uns begleiten? Ja, keine Sorge. Ihr könnt uns später danken. Äh, okay. Ja, es machte uns dumm an und jetzt schließt er sich uns an. Alles klar. Oder wir schließen uns unfreiwillig ihnen an. Wie man es sehen möchte. Und jetzt bringen wir die einfach zurück. Alles klar. Ja, der haut schon ab vor uns. Ja, ohne euch hätten wir es niemals nach Schweinfurt zurück geschafft. Natürlich. Deswegen haben alle keine Schweinerüstung mehr an. Wir sind in der Vergangenheit. Alles klar. Man hätte doch wenigstens mal so eine Art Mitteilung machen können. So, äh, was ist hier los? Ich glaube, wir sind in der Vergangenheit. Anstatt dass Sven einfach sagt, ja, wir kommen aus der Zukunft. Das, äh, war etwas plötzlich, möchte ich sagen. Ei, 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 ei. Ist hier was im Krug drin? Nein. Mittlerweile kenne ich diesen Krug. Ach, dieser weite Weg zum Palast, ne? Der regt mich ja ein bisschen auf. Ah, nur ein bisschen. Hallo. Ja, ja. Latscht ihr immer noch hinter uns her? Aber wir müssen doch dem Kaiser berichten, dass wir euch gefunden haben. Hä? Ihr wollt meinen Vater sprechen? Ich frage mich, was ihr von ihm wollt. Ach, eigentlich ist es mir egal. Tschüss. Hey, sie zerknirbs, ne? Warte eine Minute, Mann. Wir haben euch doch gerettet. Willst du uns nicht danken oder sowas? Danken? Ihr solltet uns dafür danken, dass wir euch nach Schweinfurt exkortiert haben. Eskortiert. Exkortiert. Verflixt ist der kleine Vorlaut. Ich habe sowas noch nie erlebt, Mann. Klein? Ich bin nicht klein und ich habe einen Namen. Geskin. Prinz Geskin für dich. Sprich mich gefälligst mit vollem Titel an, falls wir uns je wiedersehen. Jetzt komm, Markessin. Na gut. Wow. Dieser Bengel, ne? Wofür hält der sich eigentlich? Verflixt noch eins. Der treibt mich noch zu Weißglut. Die zwei Prinzen heißen also Geskin und Markessin. Dieser Name ist schwer auszusprechen. Markessin? Markessin? Irgendwas ist mit Prinz Geskin. Hm? Was denn? Es kommt mir vor, als ob ich ihn schon mal gesehen hätte. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Oh, ganz bestimmt. Das ist zweifellos nur deine Einbildung. Danke. Ja. Ich wette, in unserer Welt haben wir den schon mal gesehen. Und jetzt hör auf, Zeit mit solchen Unsinn zu vergeuden. Wir müssen weiter. Ahaha, ich bewundere deine Einstellung. Nicht jedes Kind würde es wagen, einem Kaiser die Stirn zu bieten. Es tut mir leid, Eure Majestät, aber da gibt es etwas, was wir tun müssen. In der Tat, und doch sind deine magischen Fähigkeiten wirklich herausragend. Ich sehe jetzt ein, dass ich niemals an dir hätte zweifeln dürfen. Du verstehst sicher, dass ich ein derartiges magisches Talent nur ungern ziehen lasse. Bist du sicher, dass ich dich nicht überzeugen kann, Markessin Magie zu lehren? Genauso dickköpfig, wie ich ihn in Erinnerung habe. Hä? Was hast du gesagt? Es tut mir leid, Majestät, aber wir müssen wirklich zurück in unsere Zeit. Aber wir wissen nicht wie. Ich weiß ja nicht mal, wie ich hergekommen bin. Ihr wollt zurück in eure Zeit? In die Zukunft? Nun, der Zauber Zeitsprung wäre dafür natürlich ideal geeignet. Zeitsprung? Ein legendärer Zauber, der es dem Zauberer erlaubt, eine Reise durch die Zeit zu unternehmen, aber er lag, ob... Aber er lag, ob seiner Macht lange hinter Siegeln. Mensch, klingt, als wäre das genau das Richtige. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, in diesen Zeitsprung Zauber ranzukommen. Hey, ich habe von deiner neuen Regel gehört. Warum kann ich nicht mit Markessin losziehen und ihm dabei helfen, sich in Magie zu üben? Ehrlich, Geskin, wir wissen beide, dass du nicht einen Funken Magie im Leib hast. Markessin ist dazu bestimmt, ein Weiser zu werden. Er kann nichts von dir lernen. Das ist nicht wahr. Ich werde Markessin Magie lehren. Ich werde ihm helfen, ein Weiser zu werden. Du wirst schon sehen. Er braucht deine Hilfe nicht. Du solltest deine Zeit besser darauf verwenden, dir eine andere Rolle zu überlegen, die du im Reich übernehmen kannst. Von was für einer Rolle redest du denn? Muss ich dir denn alles erklären? Du musst deine eigenen Antworten auf solche Fragen finden. So ist es in Schweinfurt Tradition. Na gut, komm Markessin, gehen wir üben. Äh, gehen wir und üben uns in Magie. Okay. Ach man. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ihr wart gerade dabei, vom Zeitsprung zu sprechen, euer Majestät. Ja, als Belohnung dafür, dass ihr meine Söhne gerettet habt, werde ich euch aus dem Sagenschatz von Schweinfurt erzählen. Es heißt, der Zauber der Zeitreisen ermöglicht Liga auf dem Pfad der Gräber verborgen, ebenso wie der Zauberschab, der benötigt wird, um ihn zu wirken. Pfad der Gräber? Ja, das gefällt mir aber gar nicht. Der Pfad der Gräber windet sich nordwestlich von hier durch ein trostloses Tal. An seinem Ende steht ein uralter Altar aus dem Zeitalter der Weisen. Dort werdet ihr den legendären Zauberstab Morgenstern finden. Morgenstern? Erweise dich würdig, diesen Zauberstab zu führen. Dann wirst du sicherlich für bereit erachtet werden, Zeitsprung zu wirken. Sei dir allerdings bewusst, dass du Zeitsprung nur einmal in deinem Leben benutzen kannst. Was? Okay. Wenn du in die Zukunft zurückkehrst, wirst du nicht wieder in diese Zeit reisen können. Verstehst du das? Ja, euer Majestät, wir verstehen das. Und wir werden uns morgen Stern holen und zurück in unsere Zeit reisen. Ein eifersbewundernswert, aber Vorsicht. Der Pfad der Gräber ist Heimat vieler böser Geister. Nimm diesen Zauber und halte mit seiner Hilfe die Dämonen im Zaum. Lichtpfeil, okay. Das werden wir. Danke sehr, euer Majestät. Viel erlebt in dieser Folge, würde ich sagen. Alter Vater. Wir müssen jetzt also zu diesem Pfad. Und dann kriegen wir einen neuen Zauberstab. Sehr, sehr schön. Ich will nur kurz raus und auf der Karte gucken, wo genau das sein soll. So, das ist hier ganz oben. Alles klar. Oh je, oh je, Mini. Ja, aber das war's für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Lass doch einen Kommentar da, wenn du möchtest. Von mir auch ein Däumchen, wenn es dir tatsächlich gefallen hat, was ich hier veranstalte. Das nehme ich noch schnell mit. Und dann hören wir uns, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.